Der 1-Inch-Exchange, den gibt es jetzt auch auf der Binance Smart Chain. Vorher gab es den nur auf der Ethereum Blockchain und jetzt ist offenbar auch eine 1-Inch-Version auf Binance verfügbar. Ich dachte, das ist es wert, hier mal ein kleines News-Update zu machen und euch dann auch zu zeigen, was man hier machen kann. Denn der 1-Inch-Exchange, das ist ein sehr renommiertes Projekt auf der Ethereum Blockchain, ein sogenannter Dex-Aggregator. Das bedeutet, dass man, wenn man einen Token gegen einen anderen Token tauschen möchte, dass man hier bei 1-Inch immer die besten Kurse bekommt, weil 1-Inch die Arbeit übernimmt, auf anderen Exchanges die Kurse zu sammeln und dann zu vergleichen. Und es bietet einem dann die Möglichkeit, auf dem Exchange mit dem besten Wechselkurs zu traden. Und das ist ein Projekt, das auf Ethereum noch nicht so lange existiert. Also ich schätze, glaube ich, so ein halbes Jahr ist das live. Wir haben vor Weihnachten auch einen großen Airdrop gemacht, wo die den Usern, die 1-Inch in der Anfangsphase benutzt haben, einfach so Tokens geschenkt haben. Das Projekt ist sehr beliebt, es wird viel genutzt und es ist auch sehr innovativ, weil zum Beispiel hier bei 1-Inch Exchange es auch den Sheetoken gibt. Und der Sheetoken, der ist dafür da, dass man, hier kann man den aktivieren, der ist dazu da, dass man Gasgebühren spart. Denn man kann quasi, wenn Gaskosten auf Ethereum niedrig sind, Sheetokens kaufen und dann, wenn die Gaskosten hoch sind, kann man den wieder zurücktauschen und spart dafür dann eben Gasgebühren. Das haben die erfunden, beziehungsweise den Sheetoken haben die erfunden. Es gibt ein paar Vorgängerversionen und die haben das Ganze optimiert und da ist also irgendwie immer was in der Mache bei denen. Und ich bin ziemlich überrascht, positiv überrascht, dass das 1-Inch jetzt auch auf der Binance Smart Chain ist. Ich würde jetzt ganz gerne mal zeigen, wie man das macht, also wie man da hinkommt, denn es gibt hier tatsächlich was, eine feine Sache zu holen. Und zwar gibt es hier Staking Pools und bei den Staking Pools, wenn man 1-Inch und BNB staked, dann bekommt man 1000% oder mehr als 1000% API. Das heißt also, wenn ihr hier etwas einlegt und das ein Jahr lang liegen lasst, dann würde sich das theoretisch verzehnfachen. Man muss aber dazu sagen, dass diese APIs nie lange halten. Also die sind vielleicht, wenn es hochkommt, für ein paar Wochen bleiben die stabil, über 1000% und dann gehen die runter. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das heißt also, man muss im Prinzip, man kann im Prinzip damit rechnen, dass das irgendwann aufhört. Umso wichtiger, dass man da relativ schnell reingeht, wenn man das machen will. Was brauchen wir? Wir brauchen, um diese 1000% API zu bekommen, 1-Inch Tokens und BNB Tokens. Und zwar im gleichen Wert. Das heißt, wenn ich hier mit, ich sag mal 1000 Euro rein möchte, dann brauche ich 1-Inch im Wert von 500 Euro und BNB im Wert von 500 Euro. Und ich sag ja, das habe ich in meinem DeFi Tutorial auch besprochen. Ich zeige auch hier gleich noch den Link zu dem entsprechenden Video. Der 1-Inch Token ist ein sogenannter Governance Token. Und ein Governance Token, das ist ein Token, der es einem ermöglicht, bei DeFi-Projekten über dieses Projekt mitzubestimmen, was da passiert. Zum Beispiel bei 1-Inch gibt es hier so einige Dinge, da kann man mitstimmen, wie zum Beispiel die Referral Rewards sind oder wie die Swap Gebühren sind und so weiter. Und dafür braucht man diesen Token, weil je mehr Tokens man hat, desto mehr Stimmen hat man. Das ist also für die DeFi-Projekte eine sehr wichtige Sache, weil wenn wahre Dezentralisierung da sein soll, dann braucht man eben auch eine, dann muss die ganze Plattform gesteuert werden von den Usern der Plattform und nicht von, ich sag mal, den Entwicklern oder der Firma, die dahinter steckt, falls eine Firma sogar dahinter stecken würde. Das bedeutet also, diese Tokens sind sehr wichtig und die werden von den Projekten eben ausgegeben über Airdrops oder über ähnliche Mechanismen, wie zum Beispiel auch das Staking. Und im Grunde werden diese Governance Tokens verschenkt und es ist eben eigentlich extrem wichtig, dass man diese Tokens nicht kauft, sondern dass man die irgendwie sich woanders besorgt durch Airdrops oder ähnliches, weil alle anderen, die diese Tokens verkaufen, also die meisten haben, diese Tokens geschenkt bekommen und man selber kauft die. Also wie gesagt, ich habe dazu nochmal ein eigenes Video gemacht und das schaut ihr euch dann vielleicht am besten mal an. Bei einer 1000% APY ist dann die Frage, gilt das wirklich, soll man die wirklich nicht kaufen, weil es ist vielleicht doch sinnvoll, sich ein paar zu holen und das hier mitzunehmen und dann später wieder zu verkaufen. Aber diese Kurse haben auch einen eigenen, diese Quatsch, diese Tokens haben auch einen eigenen Kurs, der rauf gehen kann, der aber auch wieder runter gehen kann. Das heißt, unsere ganze APY, die wir hier bekommen, unsere Zinsen, können eventuell aufgefressen werden von den Kursverlusten, zumal wir hier auch zwei volatile Assets einlegen, also One-Inch-Tokens, die einen Kurs haben und BNB, die auch einen Kurs haben. Das heißt, selbst wenn der One-Inch-Token durch die Decke geht und der BNB-Token abstürzt, und dann aber der BNB-Token abstürzt, dann kann das sein, dass man also durch die Kursverluste den Zugewinn durch die APY eben wieder verliert. Das dazu gesagt, die ganze Sache, also ich glaube, die zurzeit, die Binance Smart Chain, die geht gerade ab. Der One-Inch-Token, wenn der jetzt diversifiziert auf verschiedene Blockchains, das ist der erste, der das macht. Ich bin ganz sicher, dass noch andere Projekte das folgen werden, vor allem, wenn diese ganze Angelegenheit hier großen Erfolg hat. Und wie man hier sieht, das Ganze ist also seit höchstens 24 Stunden live und es sind schon 13 Millionen Dollar in diesem Liquiditätspool drin. Ich bin sicher, dass da noch einiges dazukommen wird. Bei dieser APY ist das eigentlich irgendwie vorprogrammiert. Hier gibt es noch andere Pools, da kann man ja nochmal gucken, also wenn man zum Beispiel USDT hat oder wenn man Sheet-Tokens hat oder One-Inch-Tokens und USDT und so weiter, dann kann man hier also auf jeden Fall auch mit staken. Ich gucke mal gerade, es gibt noch mehr Pools mit über 1000% APY, zum Beispiel auch Ethereum. Das Ethereum müssen wir aber auf die Binance Smart Chain migrieren. Das sieht man hier an diesem gelben Balken, ist die Frage, ob sich da der Aufwand lohnt und ob man das unbedingt möchte. Wie auch immer, also jetzt mal kurz, wie geht das Ganze? Das Problem ist, was wir hier brauchen, ist, wir brauchen zwar One-Inch und wenn wir die schon haben, dann haben wir die auf der Ethereum-Blockchain. Wir müssen die aber zur Binance-Blockchain, Binance Smart Chain migrieren. Wir müssen die rüberkriegen und das geht am besten, indem man die, also ist jetzt meine Meinung, es gibt noch andere Wege, aber mein Tipp wäre, wenn ihr bei Binance registriert seid, dann schickt die aus eurem Ethereum-Wallet zu Binance rüber. Wie das geht, solltet ihr eigentlich wissen. Also Metamask, One-Inch-Tokens auswählen, rüber schicken zu Binance und bei Binance selber, das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Und bei Binance, wenn man die dann in seinem Spot-Wallet hat, dann kann man die One-Inches hier abholen wieder. Also wir haben die eben dahin geschickt, jetzt holen wir sie wieder ab. Wieso? Totaler Unsinn. Nee, Quatsch, das ist eigentlich eine ganz einfache Methode, die Sachen auf die Binance Smart Chain zu migrieren. Also wir schicken von Ethereum da rein und beim Abheben kann ich, wenn ich den One-Inch-Token hier ausgewählt habe, hier wählen Binance Smart Chain oder Ethereum Smart Chain. Das heißt, ich trage hier aus meinem Metamask-Wallet meine Account-Nummer ein, suche hier Binance Smart Chain aus und kann dann meine One-Inches hier abholen. Und ich habe jetzt keine mehr hier auf dem Exchange drauf und es kostet eine kleine Transaktionsgebühr. Das ist so eine Sache, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Es gibt noch eine andere Methode, aber ich glaube, die kostet auch Transaktionsgebühren. Das ist die Binance Bridge. Bridge Binance Smart Chain. Und hier kann ich Assets vom Ethereum Network auf das Binance Network migrieren, unter anderem eben auch den One-Inch-Token. Die ganze Sache ist ein bisschen aufwendig und auch ein bisschen verwirrend, weil man muss hier irgendwie mit den Wallets jonglieren, also mit dem Ethereum Wallet und mit dem Binance Wallet und es ist nicht ganz klar, nicht immer ganz klar, welches Wallet man wo braucht. Das ist also was für Leute, die da auch schon so ein bisschen wissen, was sie tun. Nur als Tipp, das gibt es auch, dann braucht man kein Account bei Binance, wenn man seine Sachen rüber migrieren möchte. So, inzwischen sind meine Tokens jetzt auch angekommen. Hier im Metamask Wallet sind die 2,59 BNB, die ich abgehoben habe und die One-Inch-Tokens sind auch schon da. Das sehe ich unter anderem daran, dass hier, die werden mir hier auch angezeigt auf der One-Inch-Webseite. Es ist übrigens wichtig, dass ihr dann, wenn ihr da seid, hier auf Binance umschaltet. Hier kann man zwischen Ethereum und Binance wechseln, also hier muss Binance stehen und dann werden mir hier die 125 One-Inches angezeigt, die ich abgehoben habe. Im Metamask Wallet tauchen die noch nicht auf, weil ich den Token erst hinzufügen muss. Dafür gehe ich dann eben auf hier, Token hinzufügen, gebe in der Suchmaske One-Inch ein, füge den in die Liste hinzu. Hier sind schon mal die 125 One-Inches, die ich habe und wenn ich in meine Token-Liste, in meine Asset-Liste reingehe, dann sehe ich also, wechsel, dann sehe ich hier auch die Tokens, dass sie da sind. So und mit den Tokens gehe ich jetzt zu dem Liquiditätspool, wo ich das gerne einzahlen möchte, damit ich die APY kriege. Das geht folgendermaßen hier oben in der Liste, in dem Menü auf DAO klicken, DAO und dann auf Pools. Und hier in der Pool-Liste finde ich dann den Pool mit der entsprechenden Kombination aus Tokens. One-Inch-Tokens und BNB-Tokens möchte ich da reintun, im Verhältnis 50 zu 50. Dazu klicke ich dann hier auf Plus. Da ich jetzt alle Tokens, die ich habe, da reintun möchte, gehe ich auf Maximum. Und dann werden hier die Beträge voreingestellt, 125,9 One-Inch und die entsprechende Menge an BNB. Und dann gehe ich auf Unlock, weil ich möchte jetzt erstmal freigeben, dass die One-Inch-Tokens von meinem Wallet in den Pool getan werden können. Das bestätige ich dann, warte dann die Zeit, bis die Transaktion durch ist. Das dauert immer so 10, 15, 20 Sekunden. Und wenn dann die Freigabe durch ist, wenn die Transaktion durchgelaufen ist, dann habe ich die Möglichkeit hier dann nochmal auf den Knopf zu drücken. Da steht jetzt Provide Liquidity. Das mache ich jetzt gleich auch. Auch manchmal aktualisiert sich das nicht, dann bleibt das Schloss hier stehen, dann muss man die Seite nochmal neu laden. Dann müsste das eigentlich gehen. Ich klicke auf Provide Liquidity. Das ist jetzt die Transaktion, die quasi die Tokens in den Pool einzahlt. Dann warte ich mal, bis die durch ist. Und jetzt bin ich in dem Pool drin. Das sehe ich auch daran, dass zum Beispiel hier die One-Inch-Tokens weg sind. Meine BNBs sind auch irgendwie weg. Die sind jetzt in dem Pool drin. Die liegen da, bis ich die wieder abhole. Wie hole ich die später wieder ab? Ich klicke hier auf das Minus, aber ich bin jetzt noch nicht ganz fertig. Ich muss jetzt noch die Sachen in den entsprechenden Farming Pool einzahlen. Das heißt, ich habe jetzt also meine Liquidität in den Liquiditätspool eingezahlt. Und meine Einlage in den Pool, die kann ich jetzt nochmal nehmen und staken. Das heißt, dann bekomme ich noch mehr APY. Und das mache ich, indem ich von dem Pool hier auf diesen Farming-Knopf drücke. Und hier kann ich jetzt mit Deposit meine One-Inch-Tokens, also meine Pool-Tokens, die ich habe. Ich habe ja Pool-Tokens bekommen dafür, dass ich eine Einlage gemacht habe. Auch die muss ich erstmal wieder genehmigen. Warten, bis die Transaktion durch ist. So, jetzt ist die durch und dann kann ich die in den Farming-Pool einlegen. In den Staking-Pool. Was das alles ist, könnt ihr in meinem DeFi-Tutorial nachschauen. Da kommt jeden Tag eine neue Folge raus, bis das Tutorial fertig ist. Und da erfahrt ihr dann, was das alles ist und wie das heißt. Ich zeige jetzt nur einfach, wie das geht hier. Jetzt ist also die Transaktion durch. Ich bin in diesem Farming-Pool drin. Und jetzt geht das hier, bekomme ich hier 68% APY, nicht 1000. Warum, erkläre ich jetzt gleich. Ich muss hier jetzt regelmäßig vorbeischauen, weil ich bekomme regelmäßig Rewards in Form von One-Inch-Tokens. Das heißt, dadurch, dass ich da meine Einlage gemacht habe, generiere ich neue One-Inch-Tokens. Und die kann ich mit Claim regelmäßig abholen. Und theoretisch, wenn ich möchte, kann ich natürlich diesen ganzen Kreislauf wieder machen. Das heißt, wenn ich jetzt One-Inch-Tokens bekommen habe, dann kann ich die wieder in den Liquiditäts-Pool einlegen. Nehme meine Einlage, tue die hier hin und dann steigt und steigt und steigt das alles. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich nehme einfach die One-Inches und verkaufe die oder lasse die in meinem Wallet liegen und warte, bis der Kurs steigt. Was auch immer ich damit vorhabe. Der erste Schritt ist, man muss die Claimen. Also man muss die Rewards, die man von denen bekommt, abholen. Man bekommt die nicht automatisch. Warum jetzt die APY nur 68%? Weil das ist der Bonus, den ich bekomme. Das heißt, ich bekomme für meine Einlage in den Pool die 1000%. Und dafür, dass ich die jetzt nochmal beim Farming abgeliefert habe, die Pool-Tokens, die ich bekommen habe, bekomme ich eben nochmal 68% dazu. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Das wird nicht lange halten. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut, wenn man da recht früh einsteigt. Diese Zahl, da rechne ich damit, die wird jetzt über die nächsten Tage steigen. Dann wird das Ganze, dann wird wahrscheinlich, weil viele Leute, die da rein wollen, One-Inch-Tokens brauchen, wird der Kurs vom One-Inch ein bisschen steigen. Das ist so das, womit ich rechne. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Staken. Happy Farming!